Man should not rule over man. Let knowledge rule again. The Book of Light, Book of Books and Savior of Mankind. Aum. So, da sind wir wieder mal. Mit diesen lästigen Fragen, meine Geliebten. Mit denen mir, oder von denen, wir bereits seit Kindheit belästigt wurden. Man hat mich gefragt, Antonio, das war ein richtiger Name, Antonio, Augusto Tenicolo, der wie ich sechs war oder sieben, was willst du mal werden? Timo, naja, ich wusste gar nicht, was das bedeutet. War vielleicht zu dumm. Ich war zu dumm. Was willst du eigentlich werden? Jetzt werden viele von euch sagen, ich bin ja bereits. Ich bin bereits Arbeiter, Angestellter, Politiker, Banker, Priester, arbeitslos, wie du es brauchst. Das alles bin ich ja bereits, aber bist du das wirklich? Diese Frage wollen wir heute mal gewissenhaft stellen. Wenn man etwas werden will, jetzt mal außen vor gelassen, dass man etwas ist, wenn man etwas werden will, dann will man das doch aus einem bestimmten Grund, meine Lieben. Man ist noch in einem Zustand der Unzufriedenheit, weil man ist ja noch nicht das, was man werden will. Warum will ein Mensch überhaupt das werden? Das hängt laut Buch des Lieds ab von dem vergangenen Leben. Da ist ein Lebensdurst überlebt. Nehmen wir mal an, jemand war ein Wissenschaftler und starb mit einem Herzinfarkt über seinen Röhrchen und seinem Petritisch und so weiter. Dann könnte man sagen, er wird wieder geboren werden, weil er hat ja noch diesen Lebensdurst, falls er ihn nicht überwunden hat. Wird er geboren werden in einer Familie, die entsprechend seines Skantas die Möglichkeit bringt, dass er da weitermachen kann, als Wissenschaftler. Kaffee am Morgen spart Kummer und Sorgen. Aber nur ein Tässchen, wenn überhaupt, bitte, meine Lieben. Und darum wird man. Das ist schon die Antwort auf die Frage. Nun könnte es sein, dass man etwas war, das man gar nicht wieder werden möchte. Was dann? Was dann, meine Lieben? Dann könnte man doch argumentieren, das wollte ich gar nicht werden. Ich wollte nicht im Gefängnis landen. Ich wollte nicht der rücksichtslose Mensch werden, der ich bin, wenn jemand das so sagt. Interessante Aussage. Er merkt bereits, dass er etwas wollte, das er in Gang gesetzt hat in vergangenen Existenzen und das jetzt seine Ausläufe hat. Tsunami. Und plötzlich merkt er, ich hätte das nicht wollen sollen. Da hilft uns natürlich der Herr Arthur Schopenhauer nicht sehr, weil er ja sagt, der Mensch ist sein Wille. Ja, dann kann ich mich nicht verändern. Dann gibt es keine Veränderung. Dann gehe ich halt den Abgrund runter. Tolle, hoffnungsvolle Lehre. Und da ist natürlich das Buch des Lichts, überstrahlt alles, was bisher da ist, da war und da sein wird. Denn, es sagt, ich bin, sagt das Buch des Lichts, ja, das Buch der Konsequenzen. Ich sage dir, welche Konsequenzen das hat, wenn du das werden willst, was du werden willst. So, jetzt habe ich es gesagt. Es fällt mir, entschuldigt den Tölpel da nur, es fällt mir manchmal schwer, dieser Größe zu entsprechen. So sage ich es mal. Ja? Darum heiße ich auch Lanu, der Schüler. Und wenn mich als Guru sieht, der beleidigt mich. Ja? Gut. This is Guru. In den Augenblicken höchster Angst und höchster Not wende ich mich dem Buch des Lichts zu und betrachte das Werdende oder das Gewordene. Der Maler legt den Pinsel aus der Hand. So, ich habe keine Lust mehr. Ist er noch ein Maler? Ein ehemaliger Maler. Das ja. Immer schön logisch bleiben. Mein Lieben, wir brauchen hier keine Studierten oder sowas alles. Ja? Wenn ein Zehnjähriger mich nicht versteht, dann ist das Ganze nichts wert. Wenn ich den Zehnjährigen frage, was willst du werden? Und er sagt mir, ich möchte Feuerwehrmann werden. Das sage ich gut, dann mach das. Wenn er das Buch des Lichts für Kinder lesen würde, würde er sich das vielleicht doch nochmal überlegen. Und würde eine andere Entscheidung treffen, meine Lieben. Aha. Wer mag das wohl sein? Ja? Fünfte Stopp, ja? Bitte mit Fahrstuhl. Naja, meine Lieben. So ist das Leben. Eben, Augenblick. Ich muss mal eine kleine Pause einschalten, weil... Bin gleich, bin gleich wieder da. So. Tja, meine Lieben. Früher hätte ich ja einen Wutanfall bekommen. Das ist gar nicht, wie man den durchgelassen hat. Aber, ähm, heute nicht mehr. Ich war aber in einer Erwartungshaltung. Meine Lieben, und der Kaffee kalt geworden. Und das ist das größte Problem aller Steine, Pflanzen, Tiere, Menschen, Engel und Götter, die da oben rumschweben. In einem sehr wohl beseligenden Himmel übrigens. Unterschätzt nicht die Seligkeit des Himmels. Diese Schwingungen, diese Seligkeitsschwingungen, die man natürlich nur erfährt, wenn man nicht hustet, in seinem Geistkörper. Nicht in dieser... Man kann sie auch so erfahren, in der Meditation. Und da lehren nun die Veden, die meine Erzfeinde sind, aber nicht meine, ich bin deren Erzfeinde. Ich habe hier mal mein Sanskrit-Buch wieder Brahmann Itimayashrutan Takchati Teravadam Also die sagen ganz klar Mal übersetzen. Habe ich schon wieder vergessen? Naja, also Itimayashrutan Die Vedanta Die Veden sagen über die menschliche Wesenheit und meine Lieben, dazu sitzen wir hier, glaubt ihr, ich vergeude meine Zeit, um für euch mit euch irgendeinen pseudo-esoterischen Kaffeeklub zu haben. Es geht hier darum, wer bin ich? Und es geht darum, auch um die Frage, ist das die richtige Frage? Und wenn das die falsche Frage ist, dann ist auch die falsche Frage, was will ich werden? Gewissermaßen. Wollen wir jetzt mal, und das betrifft natürlich auch unsere Kinder. Wenn die uns fragen, wenn du sie fragst, was willst du denn werden, dann hast du den Kleinen oder die Kleine bereits in der Falle. Wenn du nicht das Buch der Schließt für Kinder hast, das bedeutet, alle Hervorbringungen, also die Sankara, sind vergänglich. ist nicht auch eine Geistestätigkeit vergänglich? Sagt auch nicht der, der ich will, ich will ein ewiges Leben im Himmel, ist das nicht auch eine falsche Ansicht? Denn es gibt kein ewiges Leben im Himmel. Das sagt sogar die Bibel, wenn wir sie richtig übersetzen und wenn wir gelesen haben, die Zweigschrift des Buches des Lichts, die wahre Bedeutung der Bibel. Ja, so. Also und da steht das hier ganz klar, alle Hervorbringungen sind vergänglich. Alle Dinge sind nicht das Ich. Wie kommen dann die Vedanta dazu, mich zu hassen? Denn die sehen die menschliche Wesenheit in purem Erkennen und meine Geliebten. Ich muss mich wieder etwas beruhigen. Wenn du ein Kind fragst, was willst du werden? Immer schön mit dem Fuß nach dem Boden bleiben. Der Realität. Dann willst du, dann fragst du ihn eigentlich, welches Erkennbare willst du werden? Schau mal, wenn der Beamter ist oder Feuerwehrmann oder sonst was, dann ist er, der das will und das, was er dann erreicht hat. Oder zwei. Bilokation, aber das ist eine andere Sache wieder. Dualität ist da. Dualität. Komm. Komm. Da bist du und das, was du werden willst. Und da werden immer zwei sein. spätestens, wenn du das, was du bist, nicht mehr sein willst, von dem du sagst, was du es bist. Jemand, pass auf, ich bin gelernter Elektriker, ich bin beim Vorabitur rausgegangen aus dem Werdenfelser Gymnasium, erstens, weil ich ein hohes Kompositionsangebot bekommen habe vom Wildtremper, werdet ihr nicht kennen, das war mein großer Verleger, mein erstes wissenschaftliches Buch habe ich mit 18 geschrieben. Ja, ich bin hier 76. Und mir will einer was von Wissenschaft sagen? Und das war mit Vorworten von Ärzten und Wissenschaftlern, Psychologen, Physiologen. Und darum, meine Lieben, sonne ich mein Ego in Allwissenheit des Buches Licht. Ja, aber das ist nun mal die Allwissenheit. Glaubst du, das kostet 2500 Euro für nichts? Ich nehme keinen Pfennig davon, nichts. Die Hälfte geht an den Print, die andere Hälfte geht an das Binden. So sieht es aus, meine Lieben. Man hat es mir diktiert, ich habe gesagt, und ich musste versprechen, kein Geld davon zu nehmen, oder meine, Produutionskosten. Ich verdiene an allen meinen 33 oder 35 Büchern nicht einen Cent. Das möchte ich mal vorweg schicken, wenn ihr immer glaubt, ich will hier eine Buchverkaufsshow machen. Ich bin der einzige Autor auf der ganzen Welt, der kein Geld von seinen Büchern nimmt. Das ist doch nicht toll. Jedes Buch der Rekorde möchte sofort eingetragen werden, bitte. Und ihr seht, in welcher unvollkommener Weise ich die Vollkommenheit präsentiere. Ja, ich baue mich ein bisschen dran auf, ich gehe zu. Ich zwinge dich nicht, das zu nehmen. Kauf dir doch die Bild-Zeitung. Da hast du was. Also, was war denn die Grundfrage, meine Geliebten? Die war, was willst du eigentlich werden? Und das frage ich auch die Erwachsenen, die ja durch die Krise, die angebliche, gut, lassen wir das, wir wollen ja nicht gesperrt werden, gezwungen sind, ihren Berufswunsch zu wechseln. Vielleicht von Stewardess und Heilpraktikerin. Gezwungenermaßen. Aber, nehmen wir mal an, ich meine nicht das Gezwungenermaßene, sondern eine Entscheidung, die aus Unzufriedenheit getroffen wird, mit dem, was man bisher getan hat. Ja? Also, ich war das, will aber was Neues werden. Ich war Kellner, ich will Regisseur werden. Ja, da gibt es viele Weltstars, die das waren. Kellner, Regisseur. Ich bin Eisenbahner, ich möchte Polizist werden. No problem. Das heißt, du warst also mit dem, was du geworden bist, nicht zufrieden. Das heißt, du bist gar nicht das, was du geworden bist. Überhöre nicht das Geniale in dieser Aussage. Du willst jetzt was anderes werden? Was du warst? Dann warst du das gar nicht. Dann hast du dir etwas, eine Beilegung wolltest du. eine Beilegung und das Buch des Lieds für Kinder und jetzt hole ich es. Achten Sie auch in dieser Sendung wieder auf Schleichwerbung. Ja, genau. Augenblick. was du warst? mirอง. Ich bin Wenn ich zu Ich bin ziah, mir Vielen Dank. So, und was soll ich euch sagen, meine Geliebten? Wieder eine Erwartung, die nicht erfüllt wurde. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ich habe es nicht. Ich habe es verschenkt. Ich verschenke alle meine Bücher. Von meinen 33 Büchern, oder 35, die ich geschrieben habe, habe ich noch 12. Den Rest habe ich verschenkt. Noch habe ich aber, was die Engel uns lehren, dann habe ich für die Kinder zur Unterhaltung die Abenteuermaus und die Corona-Helden. Oh, das geht wie warmes Hemmeln. Illustration in Valarupa. Die Abenteuermaus. Rettet einen Jumbo, der, oder der also Atemschutzmasken hat, Mundschutzmasken. Aber das Buch zur Lied für Kinder habe ich nicht. Entschuldigung. Aber ein Kind kann verstehen, was ich hier sage. Setz mal deinen Sohn, deine Tochter her, wenn sie 10 Jahre sind, meinetwegen. Oder jünger. Setz sie mal her. Und frag sie folgendes. Oder ich frage sie folgendes. Wenn die jetzt hier sitzen, ich lasse dir Zeit, sonst her sitzen. Hol sie. Hol sie her. Hol deine 10-jährige Tochter oder deinen jungen Sohn oder egal welcher Alter das sind, also deine Kinder. Hol sie her. Die sollen sich hier her sitzen. Und sie werden erleuchtet hervorgehen. aus einer Realität, gegen die du, gegen die du dich noch stemmen magst. Denn, wenn jetzt vor mir ein 10-Jähriger sitzt oder eine 10-Jährige und ich sage dem, pass mal auf. Wenn ich jetzt dieses Abenteuermausbuch, das so beliebt ist, guck mal, wenn ich das so an dir vorüberziehen lasse. Und es verschwindet hier wieder. Bist du dann dieses Abenteuermausbuch? Nein. Oder? Oder ja, bist du ja? Nee. Nein. Warum? Weil du nicht das sich Verändernde bist. Du hast die Veränderung wahrgenommen. Die von links nach rechts. Du warst vorher da. Das ist schon wieder. Guck mal. Das Beispiel natürlich nur. Du bist jetzt da und du bist immer noch da. Mit anderen Worten, mein liebes Kind. Nur, dass du Bescheid weißt. Du bist auch nicht dein Körper. Denn jeder Student der Medizin wird dir bestätigen, dass sich alle zehn Jahre, sagen wir mal, der Körper eines Menschen, die ganzen Atome, die Strukturen, die Moleküle, die Zelle völlig verändert, völlig neu. Das heißt, du hast jetzt einen Körper. Aber, wenn du, angenommen, du bist zehn Jahre alt, sagen wir mal, wenn du über zwölf und dreizehn bist, hast du schon einen neuen Körper. Nicht der, ich nicht dasselbe. Jeder Arzt würde das bestätigen. Kaum jemand will es wissen. Und das heißt also, das heißt also, was ich dir hier gezeigt habe, Nämlich, dass du nicht das sich Verändernde bist. Das bist du nicht mehr, wenn du sagst, ich bin der Körper. Denn der hat sich auch verändert. Und du bist immer noch da. Dieses Umdenken, meine Geliebten, es ist endlich an der Zeit, dass dieses Umdenken in Schulen, Universitäten, Familien reinkommt. Denn, man fragt sich, was willst du denn werden? Die Antwort ist, du bist doch schon. Ein erleuchteter junger Mensch würde sagen, lass mich doch in Ruhe. Ich bin schon. Aber was bist du? Du bist ein zehnjähriger Junge, ein zehnjähriges Mädchen, acht Jahre, fünf Jahre, ich gehe mir jetzt mal für ein Buch, das liegt für Kinder aus. Und bald werden sich alle Strukturen deines Körpers ändern. Und du bist immer noch da. Wenn du der Körper wärst, würdest du dich gar nicht erinnern, wie du warst mit fünf Jahren. Angenommen, du bist jetzt zwölf. Oder angenommen, du bist jetzt 15. Kannst du dich noch erinnern, wie du zehn warst? Dann ist das ein klarer Beweis dafür, dass du gar nicht der Körper bist. Denn das ist ja ein neuer. Du hast jetzt einen neuen. Nichts wird mir sein wie früher für diejenigen, die mich gehört haben, das sage ich euch. Nichts. Und ich will nicht zurückkommen in diese geisteskranke Welt, das ist auch ganz klar. Aber ich lasse euch etwas. Wenn ihr es wollt, wer es nicht will, ja geht doch. Ich habe meine Pflicht erfüllt. Man hat mir das diktiert. Oh Gott, der Tisch steht noch. Und hat mir gesagt, du darfst kein Geld verlangen dafür, für dich selbst. Nur für die Produktion. Und für alle Zeitschriften. Und ich habe es handschriftlich geschrieben, alles. Ich obdachlos war in Los Angeles. Unter der Brücke. Ja, nicht ganz, sondern ich war dann, kam jemand, als ich bereit war, das zu tun, habe was geschrieben, kam jemand selbstverständlich und hat mich gleich rausgeholt aus diesem Elend. Damit ich das machen kann. Was willst du eigentlich werden? Ist werden eigentlich ein erstrebenswerter Zustand? Frage ich euch jetzt. Ich stelle doch nur ganz normal Fragen. Die Blume wächst, sie wird zu einer schönen Rose und sie vergeht wieder. Kein Problem. Aber was denkt die Wesenheit in der Rose? Die sagt, ich möchte gern wieder in der Rose sein. Oder, hier ist Vergänglichkeit. Vielleicht könnte ich als höchste Pflanzenform in ein Reich gehen, wo ich Unvergänglichkeit erhoffe. Ins Tierreich vielleicht? Ich weiß ja nichts. Also sie wird dann ein Wurm. Oder was weiß ich. Die Wesenheit. Und erkennt auch da wieder, was entsteht, muss vergehen. auch die größte Liebe und der größte Hass. Viele sagen jetzt, das ist doch eine depressive Botschaft, lieber Nanu. Meine Lieben, ich kann doch nichts anderes als euch sagen, dass ihr nicht das Erkannte seid. Während die Weden lehren, du bist das Erkannte. Du kannst eine höchste Erkenntnis erlangen. Wenn dem so wäre, wenn ihr immer noch zwei. Das, also du, und das, was du dann erkennst, von dem die Weden sowie die Religionen behaupten, dass es ewig ist. Aber es gibt kein ewig Erkanntes. Es gibt es nicht. Und für die zwei, drei Menschen auf Erden, die das jetzt hören, sage ich, auf der Suche nach dir selbst. Ist ja die ganze Welt. Sowieso. Suchst du an der falschen Stelle? So lernt der Mensch. Und nach über 150 Billionen Jahren kommt das Buch des Lichts und sagt, wach endlich auf. Identifiziere dich nicht mehr mit dem Erkannten, denn du bist der Erkenner. Das heißt, es wäre so dumm, wie ein Autoscheinwerfer, der, mit dem fahren wir mit dem Auto und es erleuchtet die Umwelt und der Scheinwerfer sagt, ich bin das, was ich da erleuchte. Das ist ja das Scheinwerfer schlauer als du. Wenn er sagt, das bin ich natürlich nicht. Ich erleuchte es nur. Wer also, ich sage es ganz offen und klar, wer das Höchste will. Und ich bin hier, um euch zu sagen, ich strebe dem Höchsten zu. Hab ich nicht erlangt, um Gottes Willen. Um Gottes Willen. Hab ich nicht erlangt. Kaffee, geh weg. Hab ich nicht. Aber ich bin auf dem Weg dazu. Und ich tappe nicht mehr in dieselben Fallen, in die ich so viele Leben lang getappt bin, meine Lieben. Und ich sage euch, Erwachsene und Kindern, tappt nicht in dieselben Fallen. Befasst euch mit der Lehre. Und zum ersten Mal habe ich hier was. Spricht der Urgrund zu uns. Denn wir entstammen. Wir, die unerschaffenen zeitlos ehigen. Wir, die ihn verlassen haben. Warum getrieben von Lebensdurst? Ja. Alles ist erfüllt von Lebensdurst. Und hat eine panische Angst vor dem Tod. Beispiel. Ein Vater mit seinem Kind sitzt da, glücklich im Garten. Die Mutter daneben. Und das Kind freut sich und spielt und kommt zurück und sagt, ich hab euch lieb. Und der Vater beginnt einen kleinen Fehler. Er sagt, wir lieben dich sogar noch, wenn wir tot sind. Was? Sagt das Kind. Tod? Äh, ja, so. Ja, nun, äh, wie er, äh, seine Frau sagt, macht schon so, während das Kind wegschaut, dass sie zu ihm so. Siehst du eigentlich das verborgene Leid? Das Kind sagt, sag das nochmal. Was meinst du? Ihr, ihr werdet, äh, ihr werdet irgendwann mal nicht mehr da sein? Ähm, ja, also, ähm, ähm, ja, also, aber wir sind immer bei dir. Und das Kind läuft weg, schreit und weint, rennt in sein Zimmer und schließt sich ein. Ich will nicht, dass ihr mich verlasst von dir. Und dann bin ich alleine, und dann seid ihr nicht mehr da. Das ist die Wahrheit. Und was anderes habe ich gesehen auf YouTube. In Amerika, ein zehnjähriges Mädchen, das hält ihren kleinen Bruder in den Arm, der gerade fünf Monate alt ist, und der lächelt, und der lächelt, ein Lächeln, der strahlt, wie man so sagt, wie ein Honigkuchenpferd, so. Ich bin da. Und dann ist ja eine Schwester, der hält ihn in den Arm, oh, you're so cute. Die sagt, du bist so wunderbar, du bist so süß, du bist so lieb. Und dann weint sie. Warum weint die eigentlich? Also Gott, sagt, I don't want you to change. Ich will nicht, dass du dich änderst. Ich will, dass du immer so bleibst. Ich will nicht, dass du erwachsen wirst. Und die ganze Tragik des Lebens, meine Lieben, ist in diesen Ereignissen enthalten. Glaube es mir, das Buch des Lichtes ist dazu da, dass du dich löst, von diesem Scheißhauswelt. So, jetzt habe ich es gesagt, Entschuldigung. Ich reiße mich zusammen. Wenn also werden, ein erstrebenswerter Zustand ist, warum leidet man dann so sehr im Werdensprozess? Könnte es sein, dass Entwerden ein erstrebenswerter Zustand ist und da sind wir. Bei der Botschaft des wahren Gottes Nirvana, der kein Schöpfergott ist. So einen Schöpfergott gibt es nicht, es sei denn, du bist Gott und verstehst, dass du Gott bist und du hast dich in diese Situation gebracht. Hast ihn verlassen, ihn, den Urgrund, hast von der verbotenen Frucht gekostet. Bitte, bitte. Was ist die verbotene Frucht? Na, das Leben, welches per se gar nicht existiert, sondern du hast vom Sterben gekostet. Es gibt kein Leben, es gibt nur ein Sterben. Die Geburt ist Beginn des Sterbevorganges und der Tod ist ein Ende, aus Ende. Und weil es dich so nach dem Sterben gelüstet, kommst du wieder und stirbst wieder. Die Schnauze voran, da kommt da wieder der Tor. Und er lächelt. Wunderschön, wunderbar, das Glück, der Monade, die Eltern sind glücklich. Und da kommt irgendein, und dieses Glück, was dieses Liebewesen hat, ist das die Voraussetzung für das Unglück. Es heißt also, was du Glück nennst, ist nichts anderes als verborgenes Unglück, als die Voraussetzung für Unglück. Gibt es eine Rettung aus diesem Zustand, Nirwana? Und der Mensch wird immer wieder denken, er findet in der vergänglichen Welt Erfüllung, indem er dies und das und jenes werden will. Die korrekte Antwort, mit der man ein Kind schon erziehen wollte, ich will gar nichts werden. Ich will ins Kloster, lasst mich in Ruhe. Ich war im Kloster zehn Jahre, Franziskaner, Sardinien. Die Idee des Klosters ist sehr gut, schaff dir dein eigenes Kloster, verhindere deine leidvolle Reinkarnation und sie wird leidvoll sein und sei sie in den höchsten Himmeln, die übrigens beseligender sind als tausend Orgasmen. Das stimmt, das stimmt. Aber sie haben ein kleines Problem, sie sind auch geworden. Sie bestehen aus den guten Taten und seelischen Schwingungen derjenigen, die dann dort da Platz nehmen, nachdem sie den Körper verlassen haben. Das wird im Buch, das liest, in keinem anderen Buch so genau beschrieben wie hier. Und in seinen Zweigschriften. Deutsch übersetzt. Und wir sollten mal hören, was die Engel uns lehren. die wissen nämlich auch vom Leiden eine gewisse und die auch eine Erkenntnis, aber die höchste Erkenntnis ist die, nämlich dass du alles Erkennende oder alles Erkannte, oh, Töpelanu hat wieder falsch gemacht, dass du alles Erkannte als veränderlich, als vergänglich Erkannte nicht bist. Und das kann auch ein Kind verstehen. wenn du ihm an einem Beispiel eine Situation darlegst oder ein Beispiel, wo sich etwas verändert und du fragst, was bist du das? Das Kind wird natürlich, weil sein Denken noch nicht so beschmutzt ist, wie das der Erwachsenen wird sagen, nö, das bin ich nicht. Ah. Wäre vermessen oder gefährlich zu sagen, wenn du Feuerwehrmann werden wirst, wirst du auch etwas Veränderliches werden. Willst du nicht wissen, wer du bist? Ja! Falsche Frage. Erkenne, was du nicht bist. Und wenn du das dann willst, löse dich davon. Dieser Wille kann dir erfüllt werden und er wird nicht aufs Neue entstehen. Erstehen. Und darum ist Kunst, Kultur und Wissenschaft befassen sich und Politik auch, so kaputt sie sein mag, befassen sich immer mit der Frage, wer bin ich und was ist dem Menschen angemessen? Und das gebe ich ihnen. Und sie geben es immer seinen Beilegungen, die nie zufrieden sind und die auch sagen, das genügt mir nicht. Seit 150 Billionen Jahren stellen die Menschen die falschen Fragen. Und bis zu den höchsten Göttern, die fragen, wer bin ich? Die Supermonade verlässt den Urgrund und drückt und presst ihre siebenfältige Matrix auf die Mula Prakriti, auf die Urmaterie, welche dann in Ebenen sich einteilt und die Wohnungen bereitet für die nachkommenden Wesenheiten. In meinem Vaters Haus sind viele Wohnungen, sagt Jesus in der Bibel. Entschuldigung, so fremd sind wir nicht hier. oder entfernt von der Wahrheit, wenn wir das sagen. Das heißt also, man sollte mit Bedacht Fragen stellen. Mit Bedacht. Und am Anfang war das Wort, eine Schwingung. Und ich sage euch was, Worte haben magische Bedeutung. Du kannst einen Menschen zum Bösen überzeugen, so gut wie zum Guten. Aber noch kaum jemand ist zu euch gekommen und hat gesagt, sei jenseits von Gut und Böse, was man so schön sagt. Und dann sage ich euch noch was. Matera Dr. Georg Grimm, unser hochverehrter Matera Dr. Georg Grimm, mildester bayerischer Jugendrichter, der die Ehre des Buddha wiederhergestellt hat in seinen Werken, hat gesagt, den guten Wurf macht die gute Tat, den guten Wurf. Ich sage euch was. Das Beste, was du anderen antun kannst, ist dich, ich sage nicht mal die Verbreitung der Lehre, ich gehe nicht mal so weit. Ich sage, dich damit zu befassen, brauchst nicht zu verbreiten, brauchst keinem sagen, besorge dir, das bruchst der liest von, brauchst nicht mal. Ich mache das, weil ich versprochen habe, du brauchst nichts zu machen, sei ein Magnet, befasse dich intensiv mit der Lehre und du hast bereits Gutes getan, denn, und so schrieb auch unser hochverehrter Mahathirer Dr. Georg ein Heiliger, der auf dem Berg sitzt, der nie jemanden sieht, der meditiert und der sich mit Kräutern ernährt, der schafft mehr Gutes als alle Helfer der Welt. So ist das. Es genügt, dass du dich mit der Lehre befasst und dann wirst du schon sehen, und damit hast du eigentlich schon genug Gutes getan. Selbstverständlich, wenn du durch die Stadt gehst und da sitzt vielleicht ein armer Mensch und der hat überhaupt nichts und du siehst, das ist nicht nur ein Fake, dann gibst ihm halt was, wenn du es hörst. Mein Gott, lass doch. Ja, so blauäugig auf ein zinsfreies umlaufgesichertes Geldsystem zu warten, wie es im Buch des Nichts angeboten wird und damit das Elend auf der ganzen Welt sogar auf der vergänglichen Welt zu beenden, und so weit gehen wir gar nicht im Augenblick. Ja, meine Lieben, ich danke euch für eure Aufmerksamkeit. Man wirft so Fragen in den Raum. Was willst du eigentlich werden? was für eine Frage. Man suggeriert nämlich dann dem Gefragten, dass er dann glücklich ist, wenn er uns sagt, was er dann werden will. Man suggeriert ihm was, man hypnotisiert ihn. Ich sag nicht, ihr sollt nicht Feuerwehrmann, Wissenschaftler, diesen, das und jenes werden, ihr sollt nur alle diese Berufe in eine neue Richtung lenken und nicht ein Feuerwehrmann sein, der extra Feuer anzündet, damit er gelobt wird, war es neulich wieder, wenn er als erster da war und sagt, er brennt. Ja, es ist alles menschlich, komm, hör auf. Ehre sei dem Buch des Liechten, meine Lieben. Danke für eure Aufmerksamkeit. Amen. Amor, abrázame y bésame como abejas verde. Amor, abrázame que partiré con sabor de tus besos. Virgen, yo te quiero tanto, Birgit, tú eres mi amor. Tú estás en todos mis sueños. Birgit, tú eres mi dolor. Birgit, yo te quiero y brennt. Wir wollten uns trennen, wollten uns nicht mehr kennen, du und ich. ich nahm deine Hände, das ist das Ende für mich. Dann bin ich gegangen, die kalte Stadt fing mich ein. Ich an dich, ich an dich, ich liebe dich. ich, an dich, ich denk an dich, ich an dich, ich achte dich, ich an dich, ich glaub an dich. ich an dich, ich und so unreal und I love you I love you Imagínate un mundo de amor sin guerra y sin crueldad Imagínate tú y yo en este mundo para la eternidad voy en un tren a un lugar voy en un tren a un lugar voy en un tren a un lugar desconocido para mí soy el único pasajero en este tren en este tren sin ti voy en un tren y yo no sé yo no sé el destino lo que sé es que te quiero te quiero mucho con todo mi corazón voy en un tren voy en un tren en un pequeño pueblo en Cataluña cerca de la costa soledad soledad tiene muchos nombres muchos nombres pero uno solo para mí soledad puede solo significar la felicidad perdida un tiempo infinito sin ti yo he dicho vete si tú quieres y tú te has ido andando yo he dicho menos igual así todo ha empezado yo un poco así todo ha empezado he left you on your own maybe he left you all alone and the rain falls down on your tears it's his words that you still hear It's over, it's over, it's over